Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Systerea. Wir müssen Rose helfen. Nein, ein Dragon-Nut. Ist es gefährlich? Es ist ein junger Typ von Dragon. Also gefährlich ist was du meinst. Stopp es! Stopp es! Schau, wer wird kratzen. Lass uns das machen! Hey, Dallion! Ich bin hier! Shepard? Wenn es zu viel zu verhandeln ist, ruf! Genau. Wir brauchen nur genug Zeit, um diese zwei zu entfernen. Ruf zurück! Purity, komm fort! Hör den Sturm! Junge, ich mach dich fertig! Fokus! Ich mach dem neulich mal damage. Ja natürlich, 14.000! Wer will 26? Am Arsch! Purity, komm! Ich bin nicht sicher, dass wir die richtigen Elemente haben, um diesen zu befassen. Wir sterben hier? Lass uns nicht hier sterben. Ich weiß! Lord of Water! Aeim und Feuer! Blistering back! Ah. Sehen wir dazu? Rose, was machst du? Ich hab gesagt, dass du hier rauskriegst! Ich weiß, ich weiß! Aber es ist all meine Schuld, dass Dinge so enden. Ich hab gesagt, du vergessen. Ich hab gesagt, dich nicht vergessen! Es ist so ganz toll! Oh? Ich hab gesagt, dass du dich nicht verlassen kannst. Oh. Oh! Oh! Rose, es ist okay, dass du Angst hast. Juste in da und hör mir. Sarei ist auch so. Wir sind zusammengekommen, aber er noch ein bisschen tenses, wenn er mich sieht. Wir Seraphim sind wirklich Freunde der Sarei. Und zwar, wir können nicht sicher sagen, ob Sarei sieht und hört die gleiche Dinge wir tun. Weil er der einzige Mensch aus all of euch ist? Ja, Sarei hat keine Menschen compatrioten, die wirklich verstehen, die sie als Shepard haben. Du willst... ich... ihn mit ihm? Es ist letztendlich dein Geist. Hey, was ist dein Name? Mikleo, komm hier! Komm schon. Mikleo! Ich kann ihn sehen, aber ich... 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 Well, this is a fine, how do you do if there ever was one? All right, dammit, I'll prove to you I can do this! Sarei, Mikleo, and... Ah! Watch! What's wrong with you? I... I... I'm joining the fight! Looks like she's made up her mind. And she did it all herself, too. Thank you. Lila, I'll buy us some time. You get the Squire's pack going. But Sarei, you have to give her a true name first. Wilk is Wilk! Huh? That's the true name I'm giving to Rose! Uh... all right. Don't charge in like that. Hold out just a bit longer. I know! I'm just fine time! Reddingdale! Reddingdale! Wie viel Leben hatten wir jetzt? Oh, braucht noch so viel! Wie viel damage mache ich denn eigentlich? 5 air! Nein, schwarz. Ah, das geht eigentlich super. Ich war ein ganze Tausend weggemacht. Ich kann auch seine Angriffe gar nicht unterbrechen. Echt nett. Und er ist... Komm schon! Wir müssen ihn... Dessal ist becoming Lila's Sublord? What? Ready? Aber was? Wir müssen hier! Wir müssen hier! Ich fühle mich, ich kann die Welt aufnehmen! All right, dann lasst uns das Dragomoot! Ich habe genug von diesem, Shepard! Ich bin mit dabei! Jetzt kommst du mein Arminis zu sein! Dessal! Warum bist du... Wenn das alles überrascht wird, werden wir ein Gespräch haben. Wuuu! Oh yeah! Und tschung! Ich fiebe diesen Angriff von ihm. Und nochmal rein! Zack! Das macht aber so viel Damage! Boom boom boom! Und nochmal mehr! Ja! Wuuu! Leiden soll er! Ich sehe nichts mehr! Ich brauche eine Hand! Ich brauche die Hand! Ich brauche die Hand! Bum! Zack bam bam boom! Awww wie süß! Ich brauche die Hand! 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 Und hat jemand... Oh, eine Segenkugel, die uns stärker macht. Wünschstoß, wir können endlich einen Wünschstoß benutzen. Dadurch können wir über höhere Entfernung... ...verliegen. Sag's euch. Älter! Erstmal sie. Bei ihr passiert einfach nie was. Was? Das Mädchen, Rose. Sie machte viel zu viel Macht. Ich konnte die Armatis und kontrollieren sie Körper, sogar wenn sie komplett zonked out ist. Was bedeutet das? Sie ist viel zu nahe mit dem Macht des Seraphim. Es ist wahrscheinlich, dass Dessel sich in die Seite von den Sidelinen für so lange ist. Er muss sie manipuliert haben auf ein paar Mal, während sie in der Zeit oder in der Zeit. Wenn das nicht so ist, dann hätte ich keine realen Erklärung dafür, warum diese Kraft fließt durch sie. Also, Dezl benutzt Rose zu seinen eigenen Enden, mal wieder zu bekommen, um seine Revenge zu bekommen? Und wie er hatte, Rose hatte die Möglichkeit, die Armatis zu erzeugen. Wenn sie die Bewusstsein verlieren, kann sie freiwillig manipuliert werden. Er hat die Ideal-Vessel aus ihr. Das ist gut. Okay. Ach ja. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Reise weit zu Ende sein wird. Ätzend. Aber das ist nicht mein Problem. Kümmer dich. Du dich darum. Geh zur Tür wollen wir noch nicht. Gut, dann quatschen wir jetzt nichts mit ihm. Was? Nein. Ich meine, nicht wirklich. Nur... Nur was? Was? Ich liebe dich und Rose mit dir. Was? Was hast du mitgebracht? Ich meine... Ich dachte, wir waren die einzige Gruppe von Menschen und Seraphim, die zusammengebracht haben. Wir waren alle zusammen. Es war ein ganzes Problem. Es war ein ganzes Problem. Das wird es nicht sein. Es wird nichts zu tun! Es wird eine Rolle geben. Es wird ein bisschen zu sein. Es wird ein bisschen zu sein. Cool. Ich weiß nicht über Rose, aber wenn Dazzle das hörte, bin ich ziemlich sicher, dass er objektiv wird. Haha, ja, ich kann es mir vorstellen. Explorieren diese Ruins wie diese, hat mir wieder ein paar Perspektive gegeben. Ich habe in zwei Jahren gearbeitet. Danke, Miklio. Du hast dir selbst geholfen. Ich danke dir nicht. Wie sollen wir damit umgehen? Ich stelle mir gerade meine Zukunft vor und sie ist lauter als ich gehofft hatte. Wie schlimm. Bist du Angst, Dazzle? Nun, ziemlich. Wenn seine Ziel ist, Hellions zu töten, möchte ich ihn irgendwie stoppen. Wenn es so kommt, hat der Primal-Lord die Möglichkeit, einen Sub-Lord zu retten, wenn er entscheidet, um zu arbeiten. Du kannst das tun? Ja. Aber in Ordnung, würde ich nicht mehr haben. Obwohl es eine Hierarchie zwischen Primal-Lord und Sub-Lord ist, würde ich lieber wir sind. Hm. Wenn Dazzle mit dir geht, Sarei, bin ich sicher, dass er ein anderes Grund für leben will, außer Revenge finden. Er ist auch ein Seraph. 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 Und natürlich, meine Seraph brethren. Ich bin Sarei. Das ist Lila, Edna, Dazzle, Nickelio, und derjenige, der dort ist... Das Kind ist zu sprechen. Rose, du bist wundern. Ja. Ich bin Oisch. Ich bin Oisch. Obwohl ich nicht sehen kann, bin ich so sehr ein Seraph als einer von ihnen. Ich bin ein Crash Course, Mystic Secrets von Seraphim. Ha 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 ha, nice to meet you. Likewise, I'm Rose. Looks like she's used to it. So, shall we return now that Rose has recovered and awakened? I don't know, she's having so much fun. No screaming and punching? Lame. We're wasting time. Let's head back. Hm. Hold up. We haven't found anything yet. And there's more ruin left to explore. Well, I guess there's only one thing to do. Yep. Keep going. We're not done with our little expedition yet. No vacation from this vacation. Then let us proceed further in. Sarei, are you ready? Thanks, everyone. All right, Oisch. We're going to look around in the ruins a bit more. Ha 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 ha. You folks are a blast, I tell you. Be careful out there. See you later, mystical doggy. Ciao.